Check, 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 oh, hallo liebe Zuschauer von SysObsTV, in der heutigen Folge soll es um etwas gehen, wo ich jetzt schon weiß, ich werde nicht gerecht werden, aber ich werde es mal versuchen im ersten Schritt, und ob wir dann da tiefer reingehen, wird sich dann noch zeigen, es geht ums Checken, ja, wie schaffen wir es denn jetzt, wenn wir einen Haufen Computer im Betrieb haben, einen Überblick zu behalten und quasi immer zu wissen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, und dafür haben wir eine Software im Einsatz, die nennt sich Check MK, die kommt von der Firma, ja, die hat die Firma auch mittlerweile geändert, früher Matthias Kettner, oder wie das sich ausspricht, mittlerweile, Treib 29 GmbH, und hier schon mal vielen Dank für diese Software, weil die ist wirklich absolut super und spart uns jede Menge Mühen, und bei mir sieht das zum Beispiel aktuell so aus, wir haben eine kleine Firma, wir überwachen gerade mal 206 Houses, bei aktuell 342 Tests, die wir da fahren, und haben jetzt aktuell mal 8 Hosts, die da sind, das hat schon seinen Sinn, und 5 Services, die gerade nicht funktionieren, so, und da würde ich jetzt gerade mal reinschauen, beispielsweise in so einen typischen Linux Host, nämlich mal einen Proxmox, wie könnte man so einen Proxmox überwachen, dass man weiß, dass alles funktioniert, und das sieht ungefähr so aus, das ist das, was er ausspuckt, das ist eine Menge Zeug, da haben wir zum Beispiel hier die Sache mit der CPU-Load, also sprich, kommt die CPU im Verhältnis zu der I.O. hin, und da sehen wir hier, die Loads aktuell bei 9, das ist ein 32-Core-System, also bei 32 würde man dann schon irgendwo nervös werden, grobe, grobes, dünnes Eis, da mal ein Gefühl zu kriegen. CPU-Utilization ist die reine Rechenlast, da ist er jetzt gerade bei 6%, dann geht es hier noch um I.O., wie sieht das hier aus, kommt das hinterher mal I.O.-Delay, sind die verschiedenen Dateisysteme voll oder auch nicht, und hier sehen wir schon, da sind nämlich auch ZFS-Dateisysteme dabei, wo man dann schon klipp und klar sagen muss, im Prinzip ist, wir wachen nicht vielleicht jedes, wobei dann, wenn halt eins voll ist, und der Dateisystem hat, auch voll sind, nur als grobe Idee. Was jetzt halt hier interessant ist, ist aber, wenn ich jetzt Dateisysteme habe aus Linux-Containern, so wie hier zum Beispiel, das ist so ein System, dann kann ich halt sehen, ob die Limits, die ich gesetzt habe, also die Quotas, die ich gesetzt habe, ob die auch eingehalten werden letztendlich. Und das hilft mir hier halt am Ende des Tages zu sehen, läuft das Gesamte voll oder läuft nur das Limitierte voll. In jedem Fall möchte ich die Ressourcen selber zuweisen und nicht irgendwie alles gegen die Wand fahren lassen. Also das ist der absolute Klassiker, zu gucken, ob irgendwas voll ist, oder irgendwas zu langsam ist, zu schnell ist, oder irgendwas voll ist, und ja, da gucken wir mal rein. So. Interessant wird es dann aber hier halt weiter, ein bisschen weiter unten, hier sind diverse Kernel-Geschichten, Speicher. Ist der Speicher voll? Ja, wie ist der Speicher ausgelastet aktuell? Wie setzt sich das zusammen aus? Swap und Produktivdaten. Da wird es dann richtig interessant. Was ich halt total geil finde an der Stelle, ist Postfix irgendwo, die Warteschlange voll. Wenn das Ding um Hilfe ruft, will ich das mitkriegen. Wenn er das nicht rauskriegt, also wenn er die Mails nicht rauskriegt, dann merke ich das hier halt, ja. Läuft der Postfix überhaupt? Ja, auch gar nicht so schlecht. Und total geil, wenn ich ein Proxmox-Cluster habe, ob der halt im Endeffekt auch wirklich nach oben ist, der Cluster, ja. Oder ob der irgendwo schon eine Maschine weggeflogen ist. Dann auch sehr interessant, hier unten TCP-Connections, ja. Es gibt da später so eine Funktion, wo man dann sieht, letztendlich, ob irgendwas Ungewöhnliches ist. Also Ungewöhnlichkeitsdetektor, nennen wir es mal vorsichtig, wenn sich hier was Hardcore ändert. Also hier sind aktuell gerade mal relativ wenige drauf, dann passt das. Dann hier Temperaturzonen und hier die Uptime-Set-Pull-Status. Was wir eigentlich hätten sehen sollen, das ist jetzt ein SAS-System in Reines. Bei SATA-Systemen sehen wir dann noch deutlich mehr Funktionen wie Festlandtemperaturen, SATA-Status, Smart-Status und so weiter. Das haben wir hier aktuell gerade nicht. Können wir uns aber dann später auch nochmal angucken. Man kann aber theoretisch mit IPV-Installationen, mit einer reinen IPV-Installationen einfach machen. Und dann sieht man auch, ob da irgendwas kaputt ist, letztendlich. Dann hätten wir hier nochmal so einen Windows-Host. Der ist ein bisschen überschaubarer, der hast du hier in dem Fall von mir überwacht. Eine Inventory haben wir hier nochmal gemacht, eine Hardware-Inventory. Wie alt ist der Agent hier oben? Ist der aktuell oder nicht? Da kommen wir gleich noch drauf. C-Platte, S-Platte, System-Time. Service-Summary ist halt auch eine geile Geschichte. Du musst hier nicht irgendwie anfangen und jeden Dienst beibringen, sondern du machst das System so, wie es sein soll. Und wenn irgendwelche Dienste nicht hochfahren, dann kriegst du es hier nie mit. Und wenn das Dienste sind, die irgendwo regelmäßig beenden, weil das so gewünscht ist, dann kannst du da eine Regel machen. Das geht alles über Regeln. Da komme ich auch noch drauf. Aber so mit dem Umgang will ich gar nicht darauf eingehen, sondern ich möchte wirklich zeigen, wie kommt ihr da im Endeffekt hin. Nummer drei. Wir haben ja gerne mal das Problem gehabt, dass wir, kurz Anekdote, ich habe Urlaub, gehe auf ein Schiff. Kurz vor der Schifflosfähre erfahre ich, dass mein Zertifikat abgelaufen ist. Der Kollege hat versucht zu kämpfen. Ich wurde dann noch seekrank auf dem Schiff, mir ging schlecht. Nach einer Stunde, das war eine Fähre, musste ich dann total schlecht auf der Insel dann wieder Support leisten, das Zertifikat zu aktualisieren, weil er letztens den Krypten nicht aktualisiert hat. Das war eine Qual. Und das sind so Dinge, das musst du nicht haben. Und dementsprechend haben wir hier eine Sache mal eingebaut. Das hier zum Beispiel ist Check.Susobstay. Das hier, wie man sieht, unsere Monitoring-Lösung. Risk it, you'll check. Und da siehst du jetzt halt auch wunderbar gleich hier, dieses Zertifikat wird irgendwann mal ablaufen. Und dann habe ich Regeln gemacht, schlicht und ergreifend, die sagen, naja, wenn das, das sind ja alle 30 Tage, soll sich das spätestens aktualisieren, wenn das irgendwie 10 Tage alt ist. Dann schlag doch mal Alarm. Dann habe ich noch genügend Zeit, darauf zu reagieren. Also das ganze Ding soll mir gerade nach großflächigen Stromausfällen Überblick verschaffen, ob wieder alles da ist zum Beispiel, ja. Und soll mir natürlich im Alltag für punktuelle Ausfälle und Störungen helfen. Und wie ihr da jetzt am schnellsten hinkommt, das machen wir jetzt im Live-Workshop zusammen, von ganz vorne, ohne Skript, dass ihr auch wirklich in alle Fallen seht, wo ihr reinlaufen könntet. Und das machen wir jetzt mal zusammen. So, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. 16.51 mit ein bisschen Sysops-TV außenrum. Wie lange dauert es, das zu machen? Los geht's. Wir starten wunderbar mit einem leeren Proxmox. Vergewissern uns erstmal, dass wir noch ein bisschen RAM haben für die ganze Aktion. Ich hätte ganz gerne mal so einen Gigabyte. Jawohl, das haben wir. Ich packe mich mal da unten hin. Wir haben ja schon hier eins am Laufen. Wir machen jetzt eins auf die VM Nummer 8. 8.8. So, als Linux-Container und da brauchen wir eine Vorlage. So, warum gibt es hier zwei Datastores? Ganz einfach. In Local ZFS kommen nur, oder hier in diesen Datastore kommen hier sogenannte Z-Walls. Und, also idealerweise. Und in Local kannst du auch Dateien reinlegen. So, und da haben wir hier dieses Debian-Template. Das bekommt ihr hier. So. Mit diesem Debian-Template machen wir einen neuen Container. So, dieser neue Container. Den nennen wir jetzt mal 8.8.8. Check SysOps. Check Test nennen wir den jetzt einfach mal. Der kriegt jetzt ein Passwort. So. Zack. Und das Problem ist immer, wenn du ein frisches Debian hast, ist erstmal der SSH-Login deaktiviert. Damit das möglichst entspannt geht, können wir hier gleich noch ein Key reinpacken. Ich weiß gar nicht, ob ein User jetzt hier ein Key hat. Ich werde jetzt einfach mal einen anlegen. Punkt SSH. Gibt es noch keinen. Also machen wir SSH-Keychen. So. Den schmeißen wir nachher weg. Enter, Enter, Enter. Da ist er. Cut. ID. RSA. Punkt Public Key. Den könnt ihr euch gerne gucken. Den werde ich nie wieder benutzen. Und den nehme ich jetzt. Das mache ich einmalig und verrate ihm natürlich idealerweise. Verrate ich ihn keinen. Und den packe ich jetzt quasi hier gleich mal rein. Das macht es mir ein bisschen einfacher. So. Dann wähle ich mir hier das Template aus. Das Debian. Dann sage ich, wie groß ich das gerne hätte. Ich sage mal 16 GB ist ein schöner Wert. Suche mir einen Datastore raus. Jawohl. Dann nehmen wir mal hier den Local ZFS. Und sage noch ganz gerne, wie viele Kerne der später haben soll. Bei Minskamp 4. Die soll er jetzt auch mal bekommen. Und er bekommt von mir jetzt mal Kommissenhaut großzügig. 2 GB und das Ganze auf DHCP. Und schicken das ab. Und wenn ich jetzt nicht gerade einen zickigen Container habe, dann läuft das auch durch. Sonst muss ich den privilegiert anlegen. Standmäßig ist das unprivilegiert. Deswegen sollte das jetzt hier in Sekunden ungeschnitten durchgelaufen sein. Die Zeit ist 53. Linux ist installiert. So, jetzt schalten wir das Ding hier mal ein. Und gucken mal, ob dieses Linux funktioniert. Die Updates mache ich dann später, weil das ist natürlich auch ein Zeitfresser jetzt. So, hier haben wir jetzt den Login. Den probieren wir gleich mal aus. Also hier drüber kann ich mich immer einloggen. Nur das Problem wäre jetzt gewesen, wenn ich mit SSH drauf ginge, ist von Haus aus halt erst mal dieses... Ich kann mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Jawohl. Ist von Haus aus erst mal dieses SSH-Login weg. Das siehst du hier unter etc, ssh, sshd, config. Wenn du hier mal nach root guckst, dann sieht man halt prohibit Passwort ist aus. Und wenn ich jetzt meine IP-Adresse weiß, mit IPA per DRCP, weil ich es ja nie eingetragen habe, das wäre jetzt hier die 71, dann wäre meine Erwartungshaltung... Ui, ui, guck mal, hier ist die Aufnahme. Ui, so, wäre meine Erwartungshaltung, wenn ich jetzt mich mit SSH, mit root, auf diese IP-Adresse einlogge, dass ich da anstandslos nach der Bestätigung des Fingerabdrucks reinkomme. Und das ist es auch, ja, das ist doch super. So, Linux, aktuelle Version. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, da ist es, ne? Debian Linux, da ist es. Ja, super, ist da. So, wenn ich Zeug installieren möchte, brauchen wir auf jeden Fall mal ein Update, dass wir Dinge installieren können. So, und ich mache jetzt das mal so, dass wir hoffentlich im Idealfall in alle Fallen reinlaufen, in die ihr auch reinlaufen würdet. Also stelle ich mich jetzt mal äußerst blöd. Er hat jetzt auch hier Updates verfügbar. Wenn das zu lahm ist, mal diese Paketquellen eventuell in was Deutsches ändern. Ja, deutsche Updates für deutsche Server. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das Checkmk downloaden. Und da brauchen wir die Raw Edition, also die nicht kommerzielle. Die große, die ist viel besser, die ist schneller und toller. Und, na, das könnt ihr alles machen. Aber heute soll es um die kostenlose Raw Version gehen. Da gehen wir hier auf Download, auf die Free Edition. Suchen uns hier die Plattform aus, Debian 10. Und sagen jetzt hier herunterladen. Die haben die Homepage geändert. Hui, 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 hui. Hoffentlich funktioniert das. Herunterladen. Und jetzt lädt er mir das runter. Das ist natürlich super toll. Weil ich das eigentlich ganz gerne auf die Kiste hochgehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz. Weil ich lade das jetzt hier bei mir im Studio runter. Und der Server steht wo ganz anders. So, wir probieren einfach mal die URL und sagen jetzt hier Wacat. Was vermutlich nicht installiert ist. Naja, doch, das ist sogar von Haus aus installiert. Und hier bekommen wir das mit einer super Performance runtergeladen. So ist das doch schön. Ach, das war die Demo-Version, die wir runtergeladen haben. Habe ich nicht eigentlich vorhin schon gesagt. Ich hätte ganz gerne die Free Edition. Ah, die Raw Edition. Ach, die Chapin Car Free Edition. Wir wollen natürlich die Raw Edition. Schande über mein Haupt. Also, Raw Edition nochmal. Wie gesagt, ich will jetzt mal alle Fehler machen, die euch auch passieren können. So, herunterladen. Ich breche das hier wieder ab. Kopiere mir die URL. Lösche mal das, was ich runtergeladen habe. und sage hier schon mal Wget im Root-Ordner und ziehe mir diese Datei eben mal schnell runter. Da ist er. So, mich packe ich mal da hoch. Da bin ich vielleicht weniger im Weg. So. Jetzt ist das eine Depp-Datei. Die kannst du installieren. Mit dpkg-install. Check. So. Jetzt entpackt er den ganzen Kram und wird versuchen, das Ganze zu installieren. Es gibt da bessere Methoden, aber die ist schön bequem. Er wird vermutlich jetzt diverse Voraussetzungen nicht finden. Es gibt einfach Sachen da drin. Das ist ein ganz nacktes Linux, das fast nichts installiert bei diesen ISO-Templates, die er gerne hätte. Er wird jetzt mit diesem dpkg, was auch schon mit dem Abt irgendwo redet, aber auch nicht genug, feststellen, dass Dinge fehlen. Und die müssen wir erst mal nachinstallieren dann. Und wenn er das nachinstalliert hat, dann können wir quasi das Check-MK noch mal mit reinnehmen. Mal gucken. Also mittlerweile sind wir jetzt in acht Minuten rum. Er ist hier noch am Downloaden. Ich hoffe nicht, dass ich das jetzt noch... Das ist eine SSD, aber das sind ziemlich viele kleine Dateien, deswegen ist es ein bisschen nervig. Aber ich versuche, das möglichst tot zu quatschen. Aktuell entpackt er noch. Wo ihr auch aufpassen müsst, ihr müsst gucken, dass ihr möglichst immer euren Proxmox aktuell habt, wenn ihr mit diesen Debian 10 Containern arbeitet oder wenn ihr die upgradet, diese Container, dass ihr kein Dist-Upgrade benutzt, weil sonst kann es euch passieren, dass euer Debian 10 neuer ist als der Proxmox. So. Fehler. Es gibt Fehler. Fehler wurden encountered, festgestellt. Da fehlt Zeug. Dependencies, Abhängigkeiten. So. Jetzt müsste ich raten. abt-update-fix-missing. Ich hoffe, das passt. Sonst muss ich googeln. Den Befehl gibt es. Und er hat jetzt tatsächlich abt-get-fixed-missing. Nein. abt-install. Ah ja. Und dann will er nochmal hier abt-minus-minus-fix-proken-install. Wird er auch nochmal haben. Ich kann es mir auch nie merken. Ich müsste es mir einfach mal aufschreiben. Aber es sollte ja in den gleichen Fehler laufen, wie ich. Und jetzt hätte er gerne 200 MB und nochmal irgendwie 150 Zeug. Und da ist alles Mögliche dabei. Ja, guck mal. Da hätte er gerne, was er alles möchte gerne. Der will hier Samba und Curl und Grafiken und Bibliotheken und Python. Und klar, das ist Open-Source-Zeug. Der will natürlich möglichst wenig selber mitschleppen, was schon da ist. Weil alles, was die da im Endeffekt schon mal selber installieren, also was sie von anderen benutzen, müssen selber nicht pflegen. Und ein anderer kümmert sich um die Sicherheit. Das ist verteiltes Arbeiten. Die machen die Middleware. Das ist ja das Schöne. Samba kann ja auch alles. Abt-install Samba, hast du einen File-Server. Ob der dann das macht, was du vom Windows-Server gewohnt bist, ist eine andere Frage, ja. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass du dich auf dein Thema konzentrierst. Hier hat er ganz... Wenn sowas kommt mit einem Doppelpunkt links unten Q drücken, das ist nur ein Text. So, jetzt will er von mir Sachen wissen. Samba Conf... Willst du... Ja, nee. Nö, ist eigentlich egal, weil wir keinen Samba jetzt groß benutzen. Wollen wir nicht. Jetzt installiert er die ganzen Sachen, die er runtergeladen hat, nochmal rein. Und die brauchen wir eben für die Installation von CheckMK. Mittlerweile sind etwa 11 Minuten um. Da kann man auch nochmal ein Schlückchen aus der Cola nehmen. Die mit den Männern drauf. Die ist wirklich lecker. Können wir da Werbung machen? Ich mag die. Ja, da. Da ist die Kamera. Das ist ja noch ein bisschen installiert. Wir brauchen einen gewissen Mindestabstand. Da sind sie die beiden. Ja, 43% hat er mittlerweile installiert. Und da sieht man auch hier, was er da drauf macht. Er macht hier Samba, Python, Python, XInitD für einen Autostart. Und hier Bibliotheken ohne Ende, GNU-PG für Verschlüsselung und Apache Web-Server und Lib. Hier RPC, Bind und PHP 7 und was da noch alles dazukommt. Also, das sind die üblichen Verdächtigen. Dann macht er die Standardkonfiguration und das ist so, denkst du dir so, ja, oh Gott, jetzt muss ich Web-Server können und Proxy und alles drum und dran. Nee, also das brauchen wir in dem Fall nicht. Dafür haben wir ja dieses ISP-Config gehabt. Das braucht ihr hier tatsächlich nicht. Das ist viel einfacher. Und das seht ihr gleich. Was nämlich jetzt gleich passieren wird, ist, nachdem ich den ersten Befehl war, erster Befehl war gewesen, installiert das Paket, dann sagt er, mir fehlt was, dann sagt er hier, fix broken und was weiß ich, habt ihr ja gesehen. Dann installiert er das fehlende Zeug und jetzt sage ich, alles klar, bitte machst du nochmal dieses Paket und dieses Paket kann er jetzt tatsächlich installieren. So, und gedacht ist das Ganze eigentlich so, ich lasse den jetzt mal laufen, entpackt eigentlich nur, aber das Ding ist nicht nur leicht zu installieren, sondern es ist mandantenfähig. Also ihr könnt, wenn ihr Kunden habt, theoretisch für jeden Kunden ein einzelnes System machen. Ihr könnt auch in dem System verschiedene Mandanten anlegen. Ihr könnt auch verschiedene Versionen fahren. Also ihr könntet, wenn ihr einen längeren Sprung habt, mal eine neuere Version auf der gleichen Kiste installieren. Könnt ein Backup in dem einen machen. Restore auf dem anderen mal alles testen. Verschiedene Stände, RAW, Mischen, glaube ich, geht auch. Spielt ja aber keine Rolle. Es geht einfach nur darum, es gibt immer mehrere Versionen von der Software da drauf. Also nicht bei der ersten, klar. Und eventuell auch mehrere Mandanten. Darum geht es letztendlich. So, der ist jetzt hier am Entpacken und hier sollte man eigentlich langsam mal, sollte es mal vorangehen. Machen wir schon fast langsam wieder Gedanken über die IP-Adresse. und werde das dann anhand von den Audioquellen dann irgendwie mal versuchen, ein bisschen zu schneiden. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, jetzt so 13 Minuten sind jetzt rum. Das Entpacken sollte gleich fertig sein. Und kann auch übrigens so, wenn immer so was läuft, auch mal hier auf die 71 gehen. nochmal hier. SSH root at 122168 5071. Und dann kannst du hier, kannst du hier gucken, was der da am Treiben ist. Vier Kerne, das heißt, der ist ziemlich an der Auslastung. So, jetzt ist der da fertig. Und wie geht es jetzt weiter? Also, was hat er im groben Ganzen gemacht? Er hat einen User angelegt. den sollte man jetzt eigentlich hier finden. man sieht auch hier, dass er Sachen irgendwo hingelegt hat, alles drum und dran. Dass er da Version, Old Version und so weiter, das sehen wir dann gleich. Also, ETC Password, da sind ja die User drin. Und das sollte jetzt eigentlich ein User sein, der da heißt Checkmk oder ne, es gibt noch gar keinen User. Haha, ne, ne. Und jetzt geht es los, jetzt müssen wir das Ding einrichten. Da gibt es die Befehle OMD und dann kann man jetzt sagen Enter. So, was kannst du da alles machen? Das ist der Befehl für das ganze System. OMD Create. Der interessiert uns. OMD Create SysOps Enter. So, jetzt legt er also hier einen Ordner an. Das kann man ja mal gucken, was er da gemacht hat im Endeffekt. Also, wir haben jetzt einfach gesagt, er möchte eine neue Instanz namens SysOps haben. Jetzt hat er gesagt, alles klar, ich rödel hier mal ein bisschen so rum. Hier ging das los. Jetzt hat er hier diverse Mounts gemacht und so weiter. So, the site can be started with OMD Start SysOps. Das machen wir jetzt gerade mal. Und die Seite kann gestartet werden mit Checktest SysOps. Das könnte jetzt ein DNS-Problem werden, wenn das nicht funktioniert, weil der weiß ja hier bei mir vor Ort gar nicht, was Checktest ist. Deswegen würde ich es jetzt gerade mal versuchen mit der IP-Adresse. Und hier wäre das Passwort. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. dann sagen wir 1.2.1.6.8.50.71. Da sollte erstmal ein Standard-Apache-Server kommen. Jawohl, da passiert erstmal gar nichts. Und dann hast du hier Slash SysOps wäre jetzt unsere Instanz im Idealfall. Da haben wir jetzt uns blödläuft ein Ray-Direktor. Nein, in dem Fall nicht. Also, wenn ihr da ein Ray-Direktor haben sollt, könnt ihr ein DNS-Fake machen oder halt ein DNS-Eintrag. So, das hat also wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich mich mit OMD-Admin, jetzt gucken wir nochmal, was wäre der User gewesen. CMK-Admin. CMK-Admin. Und diesen Passwort hier einloggen. So, hat ja super funktioniert. Ne, nicht CMD, CMK-Admin. Sehr schön. Und jetzt habt ihr schon mal euren leeren, eure leere Seite. Das ist der Kracher. Das Ding läuft schon. Das funktioniert. Und jetzt wird es richtig fies. Jetzt hauen wir da mal dieses Thema von eben rein. Man scrollt nach unten. da gibt es hier die Host-Liste. Da ist er. Da ist so nichts drin. Und jetzt sage ich hier New Host. So, auf dem Servern ist bereits der Agent drauf. Wie man den installiert, erkläre ich das später nochmal. Theoretisch, Installationsdatei, installiere mir das mit ein paar Feinheiten vielleicht noch. Dem Ding gebe ich jetzt mal einen Namen. Das wäre jetzt hier unser PVE 22, wir können mal den 229er nehmen zum Beispiel. Das ist der, auf dem wir das Ding gerade angelegt haben. Also der Host des Checkmk, der da läuft. Das wäre der Name. Da könntet ihr einfach die IP eintragen. Wenn der Host-Name nicht die zu erreichende Adresse abbildet, also PVE 229 wird hier mit Sicherheit nie aufgelöst, dann kann man hier noch die IP-Adresse eingeben. Das wäre hier die 50229. Und dann kann man hier so Sachen noch angeben, wie in welcher Seite. Also gibt es da verschiedene Sites. Hat das Ding noch einen anderen Namen, Alternativnamen zur IP-Adresse? Ist das abhängig von anderen? Ist das IPv4, V6? Ist es SNMP? Hat ein Agent? Wie wird er abgerufen? Wie geht es dem? Da kannst du ganz viele Sachen machen. Aber im Endeffekt trage im Idealfall nur hier die IP-Adresse. Also wenn es jetzt easy sein soll, dann trägst du hier die IP-Adresse ein. Dann gehst du hier unten auf Go Save Services. Jetzt wird der im Endeffekt mal gucken, wie es dem Ding geht und was der im Angebot hat. Und was der jetzt anzeigt, ist alles, was er von Haus aus schon mit dem Agent gefunden hat. Mit Plugins und Add-ons und wie es alles heißt, geht da noch mehr. Das ist aber schon verdammt viel. Das ist jetzt ein Standard-Dinux-System. Ohne je, naja, ist ein bisschen modifiziert. Ich sag gleich mal, was genau modifiziert ist an der Stelle. Er hat jetzt also hier im Angebot die CPU-Load, die Utilization, was ihr gesehen habt, die Dateisysteme. Hier ist schon relativ voll. Das war jetzt das, was, naja, das ist eine andere, die ist schon relativ voll limitiert hier. Ja, Netzwerkkarten, virtuelle, reelle, also bei, dadurch, dass wir hier mit Containern arbeiten, haben wir viele MAC-Adressen hier an der Stelle. Und dann Sachen, die ihr nicht regelmäßig abfragen kann, also die ihr regelmäßig abfragt, also aktiv und passiv gibt es da nochmal Unterschiede, interessiert uns jetzt eigentlich auch nicht, wie es dem RAM geht. Überraschung, natürlich nicht gut, das ist eine kleine Kiste, wir haben gerade noch mehr drauf gebügelt. Und dann sieht man tatsächlich noch hier, dass ein Dienst nicht läuft, nämlich hier der ZFS Import Cache, den gucken wir uns gleich nochmal an. Dann die Festplatten Zustände Temperaturen und wie gerade die Festplatten hier dazu, das ist bei SAS nicht der Fall und man sieht dann ab dem ersten Fehler im Prinzip schon, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und natürlich auch den ZFS Rage Status. Dann bestätige ich diese Dienste alle mit Fix, Missing and Vanished und dann gibt es hier oben hinterher diese Änderung, die ich nochmal bestätigen muss. Und jetzt sollte eigentlich im Idealfall nach kurzer Zeit mein erster Host da sein, hier ist er und insgesamt 53 Services, die hier noch keine Werte haben, die aktualisiere ich einmal hier oben. Da gibt es nämlich nochmal einen Unterschied zwischen aktiven und passiven Services. Das macht den Agent-Abruf einmal komplett, wie das aussieht, zeige ich euch auch mal gleich und dann hast du hier deine ersten Werte drin und die werden in der Regel alle Minute abgefragt. Das Intervall können wir später ändern, das machen wir vielleicht noch kurz da mal rein an der Stelle. So, jetzt ist das Ding drin, dasselbe machen wir jetzt gerade nochmal mit der Windows-Kiste, dass man es nochmal gesehen hat, wie das funktioniert. Ich gehe wieder in mein Warto-System hier unten rein, sage New Host, das wäre jetzt hier der Sharepoint in dem Fall und sage hier meine IP-Adresse 1 und 2 oder oben nur den Host-Namen und bekomme also hier meine Liste gleich alle Dienste. Da sieht man auch, also der hätte gerne ein bisschen mehr Pagefile-Memory und so weiter. Die Geschichte fügt alle hinzu und was dann auch passiert, ist später, wenn sich Dinge ändern, dann bekommt ihr eine Fehlermeldung und sagt, es gibt neue Dienste, es gibt neue Platten, die ihr gefunden habt, neue Dienste und so weiter, wobei Dienste guckt, was da ist und meldet, was nicht funktioniert, aber wenn jetzt neue Platte dazukommt oder sowas, dann discovert er das von Zeit zu Zeit und meldet das. Das macht ihr dann so und zwar läuft das dann ganz einfach. Ihr geht hier auf das VATO-System, das ist das, was die Leute am schwierigsten finden, sagt Bulk Discovery, add unmonitored services and new hosts, sagt Start und dann geht das nochmal über alles drüber, guckt, was es findet und habt ihr dann zwei, drei, vier, fünf Sachen wieder zum aktivieren und das Ding wieder alles, was wegfällt, ist weggefallen, alles, was hinzukommen ist, ist hinzugekommen. Das heißt, ihr habt nicht immer die Arbeit, da alles zu machen. Guckt, dann ist das finished und wenn du in VATO dann reingehst, wieder hier in die Hostliste, hast du dann in dem Fall zwei Changes bei zehn Servern, hast du zehn Changes, klickst da drauf und jetzt hast du hier am Ende deine Windows-Kiste hier und deine Kiste hier. Hier hatten wir den Fehler gehabt. Da gucken wir gerade nochmal hier. Das war ja das mit diesem Dienstnamens ZFS Import Cache. Mal gucken, ob wir den nachstarten können, das wäre ja ganz nett. Das probiere ich jetzt gerade mal. Hier in dem Container muss ich eigentlich außer Updates und Co. nichts mehr machen. Man kann hier OMD Start und Stop machen. Also genau zum Update vielleicht nochmal schnell. Du sagst dann so ZFS, das wäre der User von der Instanz und dann kannst du hier diese OMD-Befehle machen. OMD Start, Stop, Update, Install, whatever. Also wenn das später abgedatet wird, einfach stoppen, neu installieren, also neu installieren, stoppen, updaten, starten, fertig. Das könnt ihr Instanz für Instanz machen. So. Das wäre unser, ähm, das ist noch eins zurück. Dann gehen wir mal auf die 229. Das ist der Proxmox von der ganzen Geschichte. Der Schlüssel, oh ja, der passt noch nicht. Ich hoffe, dass ich da drauf komme von hier aus. Äh, Passwort war schon mal verkehrt. Dann müsste das das Passwort sein. Ne, also so sieht das aus, wenn ein Passwort gesperrt ist. Das kann ich jetzt nicht zeigen, aber ich könnte es natürlich auch einfach mal kurz hier zeigen, wie das aussieht. Man kann ja auch hier mal kurz auf die Shell gehen. dann sagen wir hier Service und dann dieser Service, der nicht läuft und sagen dann Start. Ja, dann gehen wir zurück eben in das Monitoring von eben auf den Host, der den Fehler hat und sagen hier bitte noch mal aktualisieren. So, jetzt zeige ich euch gleich mal, was da passiert. So, jetzt wieder alles aktuell und hier unten ist der Servicefehler äh, verschwunden. PVA Container 101 Beschwerde ist jetzt hier das nächste Fehler da. Okay, also der eine ist auf jeden Fall mal weg. PVA Container 101 muss ich mir jetzt mal angucken. Wir können jetzt noch mal einen größeren Fehler noch mal erzeugen bei der ganzen Geschichte sagen hier Service Postfix Stop. Das wäre ja wirklich ein grober Fehler, weil wir ja die ganzen Snapshots und alles, was der da gerade mitbekommen wollen und jetzt sagen wir noch mal hier den PVA daten den Agenten ab und dann seht ihr gleich was passiert. Er sagt nämlich jetzt der Postfix, der läuft nicht und vermutlich würde er auch hier unten sagen, dass der Postfix hier angehalten ist. Nee, also dann der Schöne, da filtert er auch noch mal raus im Endeffekt. Also er hat es ja separat noch mal in der Abfrage. Das filtert er hier raus und wenn ich dann wieder hergehe und starte den wieder und dann wird er dann beim nächsten Mal logischerweise bei der Abfrage hier das Ganze wieder haben. So, wie gesagt, ich möchte heute dem Ganzen nach gar nicht mit Gewalt hier gerecht werden und heute nur rudimentäres zeigen, wie funktioniert im Endeffekt der Agent. Im Endeffekt kann man mit Telnet so einen Agent abfragen. Das wäre mein Proxmox von eben. Da gehe ich auf Telnet, IP-Adresse, Port 6556. Das kann man dann auch authentifizieren und absichern und was weiß ich. Verschlüsseln. Der fragt hier einmal alles ab und das, was hier unten kommt, das ist eben über ein Plugin reingekommen. Das zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Das findet ihr hier und zwar gucken wir jetzt gerade mal ganz kurz, wo der Ordner ist. Kann man einfach sagen find slash minus name smart. Dann sollte er das gleich finden. Da hat er jetzt jede Menge Ordner vom Checkmk erstmal gefunden. Da sieht man auch schön diese verschiedenen Versionen, 1, 5, 0 und so weiter. Wir hatten da auch schon mal so die den Sprung von der Version 5 auf die Version 6 schon hinter uns. 1, 5, 1, 6 das war schon früher. 200 Bit auf 64 Bit hatten wir da schon hinter uns. So, also hier könnt ihr jetzt vor allem mal sehen, wo der den Agent hier hin installiert. Da gibt es dann Local und Plugins nochmal in dem Ordner. Und hier in Plugins kopiere ich in der Regel nochmal bei Hardware Installation nochmal ein paar Sachen rein. In dem Fall hier dieses Smart Script. Das kann man auch einfach mit der Hand aufrufen und dann haut ihr hier alles raus, was da reingehört. Die ganze Installation von dem Agent wäre im Prinzip nichts anderes als du lädst dieses Ding hier runter und installierst das hier mit dpkg- install. Dann ist das drin. Und ich werde euch mal im Nachhinein das hier mal bereitstellen. Gehe in Ordner Root. Dann mache eine Datei Touch- Stern. Alles mal anfassen. Dann mal alles, was Check heißt, löschen. Dann installiere den XINED, wenn er noch nicht da ist, die Smart Moon Tools. Lad dir den Agent von uns runter. Installiere den Agent hier nochmal. Gehe in diesen Plugin-Ordner. Lade dir das Plugin runter. Gebe Rechte drauf. Gehe in einen anderen Ordner und dann lädst du nochmal den Inventory-Plugin nochmal rein. Das hätte er gern woanders hin. und mach da nochmal die Rechte. Und wie gesagt, zum Schluss kann man das halt eben nochmal testen, ob das funktioniert. Ich bin mir jetzt in dem Fall, ist es jetzt bei uns im Netz, ist es jetzt nicht ganz so gut, das zu installieren, weil die URLs nicht funktionieren in-house. Aber so würde man das schlicht und ergreifend installieren. dann kannst du im Endeffekt, wenn wir nochmal eine Regel versuchen, wie man Dinge anpassen kann. Ich gebe jetzt mal einfach zwei Beispiele. Zum Beispiel die Frequenz, wie man hier abruft, das Ganze. Das findet ihr dann im Endeffekt hier unter Es ist wirklich unfassbar tief. Also man muss wirklich sich das alles erarbeiten. Ihr könnt das auch mit uns einfach zusammen machen. Das ist noch einfacher. Also ruft uns an, klaut es böse und so, unterstützt uns. Wir machen euch das oder wir monitoren das für euch. Wenn ihr es doch mal selber versuchen wollt, dann müsst ihr die suchen und das kann dauern. Im Endeffekt gibt es hier diverse Ecken, die wir jetzt nochmal angucken können. Hier unten bei dem Warto zum Beispiel ist das ganze Zeug. Du hast hier die die Agents irgendwo, die Open Monitoring Agents. Da kannst du für unglaublich, das wäre jetzt das, was wir gerade installiert hatten letztendlich. Da hast du hier die Debian, hier SUSE und Coretet und die Windows MSI, die du anpassen kannst und alter Agent und dann SystemD zum automatischen Installieren. Also das, was ich da gerade gezeigt hatte, das ist der bequemste Weg, wie ihr gesehen habt. Und jede Menge Plugins und Zeug, also da werdet ihr totgesch, ich sage es euch, das nimmt kein Ende. Da weißt du nicht, wo du anfangen sollst. Ich habe da so mal über die Jahre jetzt so meine Balance gefunden und habe den, also wichtig ist der Fokus, nicht alles reinballern, wirklich sagen, das interessiert mich, das möchte ich überwachen und da will ich darauf alarmiert werden und reagieren natürlich. Dann kannst du hier im Endeffekt hier Parameter setzen. Jetzt können wir mal gucken, was schon gesetzt ist. Da gibt es diese Used Rulesets. Da sind schon Sachen drin, zum Beispiel hier, wie oft soll ich einen Bulkwalk machen durch diese SNMP-Quellen, die hatten wir jetzt gar nicht gehabt, wie oft soll ich eine Hardware-Software-Mentury machen. Was man halt im Endeffekt auf keinen Fall machen sollte, irgendwie jetzt hergehen und sagen, okay, ich überschreibe jetzt irgendwas. Sondern sagen wir mal, okay, alles klar, diese eine Kiste zum Beispiel, die ist besonders wichtig oder unwichtig, soll also ständig oder weniger oft gemonitort werden. Dann immer mal hier gucken, was es so gibt. Kann man aufklappen, also ihr werdet da totgeschlagen. Deswegen erst mal hier die Grundfunktionen erklärt. Dann geht ihr hier in die Eigenschaften. Letztendlich dann könntet ihr theoretisch hier schon Sachen setzen. Also Custom Attributes und so weiter. Dann gibt es hier auch noch mal die Parameter hier noch mal dazu. Und da kannst du Ellen viel einstellen. Zum Beispiel, wie lange wartet er, bis abgerufen wird und ist das die richtige Version? Soll da verschlüsselt werden? Das kannst du nicht jedes Mal setzen. Deswegen machst du da letztendlich Regeln. So, wenn du zum Beispiel über einen anderen Port gehen wolltest zum Beispiel, ja, könntest du hier einen anderen Port setzen. So, du könntest jetzt hier auch den Host Check Command meinen, ich stelle hier unten. Also das ist unheimlich viel hier. Wie wird der Host abgerufen zum Beispiel, ja, wird er mit einem Ping oder ist der Agent da? Wenn ich extern abrufe, wenn eine Firewall habe, ich vielleicht keinen Ping, dann muss ich rausfinden, ob das Ding noch lebt und so weiter. Und auch die periodische Zeit. Also hier sieht man jetzt schön, was da greift. Zum Beispiel hier Regel 1 im Main Directory. Guckst du bitte alle 2 Stunden, ob es neue Services gibt, ja, Notification Regeln und so weiter. Also du kannst hier sehen, genau welche Rules sind schon von Haus aus da. Wird er mit gemonitort, wie oft und so weiter. Und jetzt gucken wir mal nach period, ob wir das finden. Cyrus period für das Haus. Das müsste das gewesen sein, wie oft der abgerufen wird. Und da hätte ich es jetzt halt eilig. Dann klicke ich jetzt hier drauf. Es gibt so einen Standardwert. Ich glaube, der ist tatsächlich minütlich. Ich sage es mal, der ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und man sagt, alles klar, ich möchte eine Regel für aller Main Directory hier an der Stelle oder eben für diesen Host nur an der Stelle oder, ja, genau, für diesen Host oder halt noch mehr Ebenen oben drüber, nur für diesen Host. Kann mir hier einen Tipps machen und kann sagen, alles klar, wie oft wird der, ist der überhaupt zu prüfen, an welchen Zeiten und für welchen Host gilt das hier. Und, ja, das ist jetzt nicht die Funktion, die ich tatsächlich gesucht habe, fällt mir gerade so auf. Aber es geht dir hier gerade ums Prinzip. Dann hätte ich ganz gerne die Time Period Always, ja. Und wenn ich mir vorhin eine Time Period angelegt habe, die halt irgendwo einen anderen Zeitpunkt fürs Monitoring, was will das nur am Wochenende oder nicht am Wochenende oder nur nachts oder nur tagsüber, kann ich das da reinmachen. Das ist so ungefähr, wie das gedacht ist, ja. Könnte jetzt mal hier einen anderen Port nehmen, alternativ, wie das funktionieren würde. Dann gehst du hier am besten immer über das Vato einsteigen, weil du kannst statierisch verlaufen da drin, gehst hier auf die Parameter von diesem Ding. So, und dann sagst du alles klar. Ich will jetzt den Wert ändern auf Port 665. Klickst du hier drauf. Ist der Port alternativ für den ganz, für alle, für den Ordner oder nur für die Maschine? Nein, ist nur für die Maschine und der Port ist dann künftig 6557 oder so, wie ich es gerne mache, 100 oder also fünfstellige Nummer, 10, 2, 2, 9. Dann mache ich das Ganze über NAT, wo ich das dann abrufe. Also ihr könnt es über VPN abrufen oder über NAT und bei NAT sage ich, okay, Port intern 6556, Port extern, Nummer, Layer, vor, Prefix, 10, 11, 12 und dann noch die Nummer hinten dran. Da kann ich abrufen, wenn ich einen guten Router habe, dann geht es auch nur von einer gewissen IP-Adresse, die da kommt. Und also so ist das gedacht. Ja, im Endeffekt Windows-Installation, dasselbe Spiel, MSI, Setup installieren und dann Konfigurationsdatei optional anpassen. Was ihr dann im Endeffekt merken werdet, ist auch, dass ihr jede Menge Zeug habt, dass ihr jede Menge Zeug habt, was ihr nicht monitoren wollt und auch das bitte nicht, also was man falsch machen könnte, ich zeige es vielleicht gerade mal. Ihr könntet jetzt theoretisch hier reingehen, könnt sagen, alles klar, bei Windows, ich habe es jetzt vermutlich hier schon abgeschaltet, ich gucke gerade mal. Ja, es gibt also hier so Logging zum Beispiel, ja, das interessiert dich nicht. Also du willst dann halt, im Endeffekt hast du hier Logging und sagst dann, ich will diese ganze Log-File-Auswertung nicht haben. Dann kannst du das natürlich hier weglassen, im Check-in-Car, aber du kannst das auch schon vornherein agen, dass er den Traffic nicht macht, regeln, das wäre ganz nett. Und ihr könnt auch, nebenbei erwähnt, auch wenn ihr viele Systeme beim Kunden habt, dort eine Zwischen- und Satellit nochmal installieren. Das ginge auch, führt auch viel zu weit, ich würde ihm eh nicht gerecht, ich würde es eh nicht versuchen. Ich würde jetzt mal sagen, passt mal auf, in dem Fall, was diesen SharePoint angeht, ist der Sachverhalt so, der Memory ist immer voll, weil es eine SQL-basierte Kiste ist, deswegen macht es keinen Sinn, den zu monitoren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich nehme den raus, das heißt, dann würde ich tatsächlich den hier deaktivieren, dass das ginge. Kannst du hier in der Liste, kannst du den, ach Gott, Herrschaftszeiten, das ist wirklich nicht einfach, hier kannst du da, hoppla, falsche Kiste, nochmal, hier, du kannst auf die Kiste drauf gehen, machst das Ding hier an, klickst den an, und nimmst den raus, hätte aber halt den Nachteil, dass er beim nächsten Mal den wieder automatisch findet, also im Endeffekt sagst du, ich möchte jetzt hier etwas ändern, also klickst du auf das Ding drauf, und dann kannst du hier die Werte im Einzelnen nochmal regeln, und das ist gar nicht so einfach, das machst du, erst mal finden, Parameters for the Service, klickst du drauf, du kannst so schnell verklicken dabei, hier hast du die Limits, das sind die Standardwerte, jetzt könntest du die Standardwerte generell anpassen, aber ich weiß, das Ding ist ja immer voll, also klicke ich nochmal auf den Wert drauf, nur für diesen Host die Regel, und sag, okay, Memory Levels, und jetzt kann ich die alle nochmal, sagen, okay, also machen wir hier bei 98, und bei 99, das ist critical, und dann speichere ich das ab, habe hier wieder meine, hoppla, das war zu viel, habe hier wieder meine Bestätigung der Regel, so, ich glaube, die habe ich schon gemacht, und sollte jetzt im Idealfall, wenn ich mir die Kiste jetzt angucke, da keinen Fehler mehr haben, so wie voll ist es, 97% sollte eigentlich gegriffen haben, ne, ist immer noch auf 97%, noch einmal schauen, ach, guck mal hier, die Änderungen sind noch nicht drin, Activate Effected, jetzt macht er die zwei Änderungen, man muss die wirklich durchlaufen lassen, jedes Mal, also einfach Geduld in dem Dialog, die große Bezahlversion ist definitiv schneller, die hat einen schnelleren Kernel, Memory and Page File, ich weiß nicht, ob es jetzt so auf Anhieb funktioniert, The Regals, Are The Regals, hat schon mal ein sehr, sehr, sehr schlauer Mann gesagt im Dschungel, und hier ist es genauso, im Endeffekt, ist es wie eine Modelleisenbahn, die wird nie fertig, ja, das ist ein Kunstwerk, aber so wie ihr das jetzt gesehen habt, einfach mal hier in einem Container installieren, vielleicht noch Snapshots drauf, gutes Backup machen, und dann die Agents verteilen, und die Dinge alle mal einklinken, und zwei, drei Standardregeln, die euch wichtig sind, ein paar Sachen rausnehmen, und ihr habt schon ein super Monitoring, was ist aber eine Stunde dauert im Endeffekt, da bräuchtet ihr mit jeder anderen Software Tage dafür, ja, also wenn ihr euch das für euch, für das Thema interessiert, dann könnt ihr natürlich zu uns kommen, und wir können euch das rudimentär einrichten, so wie wir das mit unserem Wissensstand vertreten können, das ist meistens so ein Aufwand, sagen wir mal, von so einem halben Tag, dann ist da schon ziemlich viel drin, und da habt ihr schon relativ guten Überblick, und für alles andere, das muss wachsen über die Zeit, da gibt es Anforderungen, Wünsche, die habt ihr, die können wir damit umsetzen, und wenn wir da am Ende scheitern, dann könnt ihr immer noch zu Tribe 29 gehen, euch dann die Bezahlvariante holen, und auch Schulung machen bei denen und die Buchung.